hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute kommt cashway league folge acht ran gegen die anderen youtubers die werde ich unten wieder in der video beschreibung verlinken robbeufl schützt sich schon wieder hallo hallo bis gleich so da bin ich wieder von den ersten pack jahren von nebel der sagen das heute dran hoppe küsst das schon vielleicht bringt das ja glück die powersanduhr auf gott die menschen aber die heck haben wir nicht schlecht er ist akut für euch gönn euch den hier im falsch rum so da mensch eine feuergie ok elektro blitz so da haben wir ein seemann ein glumonkel da wie die forst hat ja ein golbert ein snobelie cat auch ein sehr hübsches pokémon ein ach ja was herrlichkeit ein evital ein hypno hypno ein akademie bei nacht ein baus die wurst und ein caputoro in holo das war nichts macht ja nichts nächstes hier mit dem hübschen bioturi bringt davon der hübsche vogel uns was hoffen wir es mal der nächste code hier für euch gehen euch den hier so da haben wir eine schöne wassergie ok kampf so da haben wir ein hübsches zu ruhe ein hundes da ein knackt ein toxi crock der reddance oder was er macht ein kettenmochi ist das nicht so eine japanische süßigkeit ein ispart janinas geheim kunst ein knackt toxivus ein bauzwiebrus und ein patschiraya patschiraya das war wieder nix nur noch die zwei mochi ding an hier so bitte ein hit man kann ja nicht ohne hit hier raus kommen äh rausgehen entschuldigung so der nächste gut hier gönnt euch den so dann haben wir eine schöne feier ag wenn nicht schlecht nice das bringt kommt das bringt uns doch glück wenn nicht da ein reich rum ab soll er auch ein sehr hübsches pokémon ein hundedämon ein bauz ein charfax akademie bei der nacht ein genesec mit dem wort wieder ein nachttrager ein poké vital ah nice die ist was wird das werde ich hier unten einblenden nice immer in einen hit sehr nice und ein kostoso nice und ein ärgerger das interessiert uns jetzt nicht nice aber bei denen hätte ich nicht in der nacht treffen wollen oder kriege auch richtig schiss bei den kostoso wollen nice weil ich hier alles einblenden nein ok hier auch nice hat sich doch schon gelohnt so nächstes pack hier letztes pack magic das mochi monster hier das pokémon entschuldigung der letzte code hier genau ich den hier so da haben wir eine schöne wasser ich glaube die ist auch so vier oder acht cent wert wird die auch hier unten einblenden das sieht auch als hit so da haben wir ein zwölklopp ein mauzi was da sitzt ein zura das pokémon ist auch sehr hübsch ein hundestar ein akademie bei nacht ein kirium nachttrager kauf auf wie wörs ein blutmund usa luna und die letzte karte die spannung hält und die letzte karte ist ein zuraak naja ich kann mich nicht beschwemmen diese drei hits hier mit dem kotoso was man nicht in der nacht treffen will dann dieses pokepital a und dann die reverse hier die feuer ich habe es euch gefallen bis zum nächsten mal bis dann und schau auch gerne bei den anderen youtuber vorbeischauen bis dann